Ein Buch. Leseempfehlungen aus dem Sankt-Michaels-Bund mit Susanne Stolfnig. Heute habe ich Paradise Garden mitgebracht, den Debütroman der 36-jährigen Elena Fischer, der es auf die Nominierungsliste des Deutschen Buchpreises geschafft hat. Paradise Garden, so heißt auch ein exotischer, gigantischer Eisbecher, den sich Billy und ihre Mutter Marika ab und zu gönnen, dann, wenn sie etwas Besonderes erleben möchten oder etwas zu feiern haben. Selten kommt das vor, denn das Geld ist immer knapp bei der jungen, alleinerziehenden Mutter und ihrer Teenager-Tochter. Doch das ist nicht weiter schlimm, denn ihr Leben ist trotz allem schön, findet Billy, mit extra Betonung auf schön. Den Mangel an materiellem macht Marika mit Liebe, Fantasie und ermutigenden Sprüchen wett, die sich Billy Wort für Wort merkt. Ihre Mutter ist für Billy der beste, der wichtigste Mensch der Welt. Und als sie sie verliert, driftet sie orientierungslos und krank vor Trauer umher. Die Handlung Meine Mutter starb in diesem Sommer. Der erste Satz dieses Romans lässt keine Zweifel daran, dass Elena Fischer ihre junge Protagonistin eine schmerzhafte Zeit durchleben lassen wird, denn, so schreibt sie, 14 ist ein beschissenes Alter, um seine Mutter zu verlieren. Vor allem, wenn die Mutter so ein besonderer Mensch war wie Marika, die Verbote in Frage stellte und lieber ihre eigenen Regeln machte, die im Regen tanzte, sang ohne den Text zu kennen und Halt in ihrer Spontanität fand, die mutig und großzügig war, auch wenn das Geld trotz zweier Jobs nie reichte. Über Billys Erzeuger will sie nicht sprechen und so bleibt der Vater für das Mädchen ein Mysterium. In den Sommerferien wollen die beiden endlich mal Urlaub machen und in ihrem alten Auto nach Frankreich ans Meer fahren. Doch daraus wird nichts, denn unvermittelt meldet sich die ungarische Großmutter an, die in Deutschland ihr Herzleiden behandeln lassen will. Billy ist wütend, nicht nur wegen der geplatzten Reise, sondern weil die fremde Großmutter das Kommando im Haushalt übernimmt und aus jedem Fehler ihrer Tochter einen großen Makel macht. Bei einer ihrer heftigen Streitereien passiert ein furchtbares Unglück. Marika stürzt und erliegt ihrer schweren Kopfverletzung. Billy ist wie gelähmt. Die namenlose Trauer macht sie zu einer Schnecke ohne Haus, zu einem Käfer, der auf dem Rücken liegt. Sie hasst ihre Großmutter mehr als je zuvor, gibt ihr die Schuld an Marikas Tod und setzt sich in den Kopf, jetzt endlich nach ihrem Vater zu suchen. Als einzige Anhaltspunkte dienen ihr ein zerrissenes Foto und die Adresse der Volkshochschule, auf der Marika Deutsch gelernt hat. Die Großmutter hätte die Schlüssel zu vielen Geheimnissen ihrer Tochter, doch sie gibt sie nicht preis. Im schrottreifen Auto macht sich Billy am Vorabend ihres 15. Geburtstages auf dem Weg nach Norden. Die Suche nach ihrem Vater wird mehr und mehr auch zu einer Entschlüsselung der Geheimnisse ihrer Mutter und am Ende wird Billy ihre eigene Geschichte schreiben können. In dem Moment, in dem das Mädchen ohne Führerschein und ohne Plan aufbricht, wird der Roman zu einem Road-Novel, der Erinnerungen an Wolfgang Herndorfs Tschick weckt. Doch Elena Fischer kehrt nach einigen aufregenden Ereignissen wieder zum Familienroman zurück. Dann nämlich, wenn Billy sich am Ziel ihrer Reise wähnt. Für sie und für alle, die diesen wundervollen Roman lesen, wird sich in seinem dritten Abschnitt der Kreis schließen. Mit vielen neuen Überraschungen, mit einschneidenden Erkenntnissen und endlich einer Möglichkeit ihrer Trauer Raum zu geben. Billy sieht ihre Mutter. In anderen Menschen, in Situationen, fühlt sich von ihr beobachtet und auch beschützt. Nicht im Sinne von irrealen Geistererscheinungen, sondern indem sie die Lebensweisheiten anwendet, die sie von Marika mit auf den Weg bekommen hat. Und indem sie immer mehr erfährt und über sie reden kann. Vor allem mit dem Mann, von dem sie glaubt, er wäre ihr Vater. Der Sound. Ich habe mich von der ersten Seite an in Elena Fischers Sprache verliebt. In ihr fabelhaftes Talent, Bilder mit Worten zu malen, mit wenigen Sätzen und gänzlich unprätentiös Sachverhalte klar darzustellen. Klassenunterschiede, was es heißt, in einer reichen Welt arm zu sein und wie hart man sich Chancengleichheit erkämpfen muss. Die Warmherzigkeit, mit der sie das Mutter-Tochter-Verhältnis zwischen Billy und Marika beschreibt, ist originell und schafft eine große Nähe zum Lesenden. Es ist inspirierend, wie Fischer Stimmungen, Gefühle und Orte beschreibt und damit die Handlung fließend vorantreibt. Ich hätte diese Buchbesprechung leicht mit einer Aneinanderreihung schöner Zitate bewerkstelligen können und freue mich für alle, die das Vergnügen der Lektüre noch vor sich haben. Die Autorin Ich will Schriftstellerin werden, lässt Elena Fischer ihre Protagonistin Billy sagen und sich ständig ein einsatzbereites Notizbuch mit sich tragen. Auch Fischer wusste schon als Zehnjährige, dass ihre Berufung im Schreiben liegt. Den Beweis dafür kann man auf einem Foto ihres niedergeschriebenen Vorhabens auf ihrem Instagram-Account sehen. Schreiben war ihre Rettung vor Einsamkeit und Sprache bedeutet für sie Heimat. Auch teilt sich Fischer die Wurzeln mit Marika und Billy. Ihre beiden Großväter stammen aus Ungarn. Ob es ihr Debütroman auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises schafft, werden wir in wenigen Tagen erfahren. Doch allein die Nominierung ist eine hochverdiente Auszeichnung für diesen besonderen, berührenden Familienroman, den Elena Fischer mit originellen Nebenfiguren würzt und am Ende allen Personen gerecht wird. Auch der Spuldengroßmutter. Fakten zum Buch Der Roman Paradise Garden von Elena Fischer erscheint im Zürcher Diogenes Verlag und umfasst 345 Seiten. Zum Preis von 23 Euro können Sie das Buch in der Buchhandlung Michaelsbund in München kaufen oder online bestellen auf michaelsbund.de Ein Buch Der Lesepodcast aus dem katholischen Medienhaus Michaelsbund Das Buch der Lesepodcast aus dem kurzen Vielen Dank.